Musik Herzlich Willkommen in Ilbesheim, auf dem Heißbühler Hof. Mitten in den Weinbergen liegt das Wein- und Feriengut der Familie Becker. Ökologischer Weinbau wird hier mit nachhaltiger Wirtschaftsweise gelebt. Umgeben von der Natur, genießen und wohlfühlen. Dafür steht die Familie Becker. Musik Auf dem Weingut erwarten Sie viel geräumige und gemütliche Apartments sowie ein Doppelzimmer. Musik Die naturnahe Lage beschert einen ruhigen, erholsamen Aufenthalt und einen fantastischen Weitblick in das Pfälzer Umland. Musik Ankommen und sich geborgen fühlen, so soll es sein auf dem Heißbühler Hof in Ilbesheim. Musik 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 Musik